Surah 31, Lukman, offenbart zu Mekka 34, Ayat. Im Namen Allahs, des Allerwarmers, des Barmherzigen, Aliflamim, dies sind die Verse der vollkommenen Schrift, eine Führung und eine Barmherzigkeit für jene, die Gutes tun, die das Gebet verrichten und die Zakat entrichten und fest an das Jenseits glauben. Sie sind es, die der Führung ihres Herrn folgen und sie sind es, die erfolgreich sind. Und unter den Menschen gibt es solche, die leeres Gerede vorziehen, um Menschen ohne Wissen von Allahs Weg hinweg in die Irre zu führen und um damit Spott zu treiben. Solchen Menschen harrt eine schmähliche Strafe. Und wenn ihm unsere Verse verlesen werden, so kehrt er sich überheblich von ihnen ab, als hätte er sie nicht gehört, als wären seine Ohren schwerhörig. So verkünde ihm schmärzliche Strafe. Wahrlich, denen, die da glauben und gute Werke tun, werden Gärten der Bonne zuteil sein. Darin werden sie auf ewig weilen. Dies ist eine Verheißung Allahs in Wahrheit. Und er ist der Allmächtige der Allweise. Er hat den Himmel ohne Stützen erschaffen, wie ihr seht, und er hat in der Erde feste Berge gegründet, damit sie nicht ins Wanken gerät, und hat allerlei Getier über sie verstreut. Und wir senden Wasser aus dem Himmel nieder und lassen jede herrliche Gattung auf ihr sprießen. Dies ist Allahs Schöpfung. Zeigt mir nun, was andere außer ihm geschaffen haben. Nein, die Ungerechten befinden sich in einem offenkundigen Irrtum. Und wahrlich, wir verliehen Luqman Weisheit, auf dass er Allah dankbar sein möge. Denn wer da dankbar ist, der ist dankbar zum Besten seiner eigenen Seele. Ist aber einer undankbar, dann ist Allah wahrlich auf keinen angewiesen, preiswürdig. Und da sagte Luqman zu seinem Sohn, indem er ihn ermahnte, O mein Sohn, setze Allah keine Götter zur Seite, denn Götzendienst ist wahrlich ein gewaltiges Unrecht. Und wir haben dem Menschen im Hinblick auf seine Eltern anbefohlen, seine Mutter trug ihn in Schwäche über Schwäche und seine Entwöhnung erfordert zwei Jahre, sei mir und deinen Eltern dankbar, zu mir ist die Heimkehr. Doch wenn sie dich auffordern, mir das zur Seite zu setzen, wovon du keine Kenntnis hast, dann gehorche ihnen nicht. In weltlichen Dinge, aber verkehre mit ihnen auf gütige Weise. Doch folge dem Weg dessen, der sich zu mir wendet, dann werdet ihr zu mir zurückkehren und ich werde euch das verkünden, was ihr getan habt. O mein Sohn, hätte es nur das Gewicht eines Senfkorns und wäre es in einem Felsen oder in den Himmeln oder in der Erde, Allah würde es gewiss hervorbringen. Wahrlich, Allah ist gnädig, kundig. O mein Sohn, verrichte das Gebet und gebiete Gutes und verbiete Böses und ertrage geduldig, was dich auch treffen mag. Das ist wahrlich eine Stärke in allen Dingen. Und weise den Menschen nicht verächtlich deine Wange und schreite nicht ausgelassen in Übermut auf Erden. Denn Allah liebt keine eingebildeten Prahler. Und schreite gemessenen Schrittes und dämpfe deine Stimme. Denn wahrlich, die widerwärtigste der Stimmen ist die Stimme des Esels. Habt ihr denn nicht gesehen, dass Allah euch alles dienstbar gemacht hat, was in den Himmeln und was auf der Erde ist und dass er seine Wohltaten reichlich über euch ergossen hat? In sichtbarer und unsichtbarer Weise? Und doch gibt es unter den Menschen so manchen, der ohne Kenntnis und ohne Führung und ohne ein erleuchtendes Buch zu besitzen, über Allah streitet. Und wenn zu ihnen gesagt wird, folgt dem, was Allah herniedergesandt hat, dann sagen sie, nein, wir wollen dem folgen, wobei wir unsere Väter vorfanden. Wie? Selbst dann, wenn Satan sie zu der Strafe des brennenden Feuers lädt? Und der aber, der sein Anlitz auf Allah richtet und Gutes tut, hat wahrlich die festeste Handhabe ergriffen, und bei Allah ruht das Ende aller Dinge. Und wenn jemand ungläubig ist, so lass dich nicht durch seinen Unglauben bekümmern. Zu uns werden sie heimkehren, dann werden wir ihnen verkünden, was sie getan haben. Denn Allah weiß recht wohl, was in den Herzen ist. Wir lassen sie eine kleine Weile sich ergötzen, dann aber werden wir sie strenger Strafe zutreiben. Und wenn du sie fragst, wer schuf die Himmel und die Erde, dann werden sie gewiss sagen, Allah. Sprich, alles Lob gebührt Allah, jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht. Allahs ist, was in den Himmeln und auf Erden ist. Wahrlich, Allah ist der, der auf keinen angewiesen ist, der Preiswürdige. Und wenn alle Bäume, die auf der Erde sind, Schreibrohre wären, und der Ozeantinte und sieben Ozeane würden sie mit Nachschub versorgen, selbst dann könnten Allahs Worte nicht erschöpft werden. Wahrlich, Allah ist allmächtig, allweise. Eure Erschaffung und eure Auferstehung sind für ihn so leicht wie die eines einzigen Wesens. Wahrlich, Allah ist allhörend, allsehend. Hast du denn nicht gesehen, dass Allah die Nacht in den Tag und den Tag in die Nacht übergehen lässt und dass er euch die Sonne und den Mond dienstbar gemacht hat? Jedes Gestirn läuft auf seiner Bahn bis zu einer festgesetzten Frist und dass Allah wohl dessen kundig ist, was ihr tut? Dies ist so, weil Allah allein die Wahrheit ist und was sie sonst außer ihm anrufen, ist das Falsche und weil Allah er der Erhabene ist, der Große. Hast du denn nicht gesehen, dass die Schiffe durch Allahs Gnade auf dem Meer fahren, auf das er euch seine Zeichen zeige? Hierin sind wahrlich Zeichen für jeden standhaften, dankbaren. Und wenn Wogen sie gleich Hüllen bedecken, dann rufen sie Allah in lauterem Glauben an. Doch rettet er sie dann ans Land, so sind es nur einige von ihnen, die einen gemäßigten Standpunkt vertreten, und niemand leugnet unsere Zeichen außer allen treulosen Undankbaren. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn und fürchtet den Tag, an dem kein Vater etwas für seinen Sohn tun kann und kein Sprössling im Geringsten etwas für seinen Vater tun kann. Wahrlich, Allahs Verheißung ist wahr. Darum soll das Leben dieser Welt euch nicht betören, noch sollt ihr euch über Allah mit eurem Denken selbst täuschen. Wahrlich, bei Allah allein ist die Kenntnis der Stunde. Er sendet den Regen nieder und er weiß, was in den Mutterschößen ist. Und niemand weiß, was er sich morgen zufügen wird und niemand weiß, in welchem Lande er sterben wird. Wahrlich, Allah ist allwissend, allkundig. Amen. Amen.